Herr Tuchel, Didi Hamann hat Sie und die Spielweise des FC Bayern in seiner Kolumne kritisiert und hat gesagt, es gäbe keine spielerische Entwicklung und die Spiele würden mehr durch individuelle Klasse gewonnen werden. Teilen Sie diese Meinung? Möchten Sie dem widersprechen oder was ist Ihre Reaktion darauf? Didi läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl, und ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns darum kümmern, reagieren oder uns ärgern lassen.